Dieser Mann dürfte uns in diesem Jahr noch ordentlich Sorgenfalten auf die Stirn treiben, denn Gary Gensler in Form der SEC ist gerade dabei massiv gegen die Krypto-Szene vorzugehen. Vielleicht als Reaktion auf das alles, was mit FTX passiert ist, aber mit der vollen Härte des Gesetzes. Staking-Service-Verbot in den USA. Jetzt kommt noch dazu, dass Binance sein Stablecoin vielleicht einstellen muss. Was das alles bedeutet, werde ich gleich einordnen und welche Daten diese Woche wichtig sind, schauen wir uns auch an. Denn es kommt immer wieder, wie es kommt, Inflation. Natürlich auch wieder ein Thema. Deswegen zurücklehnen, anschnallen und viel Spaß beim Update. Hallo Leute, herzlich willkommen zu dem Bitcoin2Go News. Ihr seht es hier oben und die Reaktion vom Bitcoin-Kurs auf das, was ich gerade gesagt habe, erleben wir live mit. Mit roten Vorzeichen starten wir in die Woche und das tatsächlich schon auch mit ein bisschen Sorgenfalten. Was es alles gleich bedeutet, möchte ich einordnen. Vorab aber eine Information in eigener Sache. Ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, denn neben den Dramen, die wir vor allem auch im Kryptosektor erleben, vielleicht rund um die SEC, gibt es sehr viel wichtigere Probleme auf diesem Planeten tatsächlich. Ihr habt von den Erdbebenopfern in der Türkei, in Syrien gehört und ich habe dazu auch eine Spendenaktion aufgerufen. Das Ganze mal hier als Statistik für euch. Sehr interessant, wie viel jetzt tatsächlich eingesammelt wurde aus der Kryptoszene heraus. Jetzt kam gerade noch raus, dass Vitalik Butrin auch nochmal 250.000 gespendet hat. Ihr könnt auch Krypto spenden und ich mache das zusammen mit Kryptonate, ein Projekt, ein Charity-Projekt, wo ihr die Möglichkeit habt, verschiedenste Möglichkeiten da euer Krypto einzusetzen, um zu spenden. Ich persönlich spende auch und habe auch schon gespendet. Aktuell läuft eben die Aktion für die Erdbebenopfer natürlich in Syrien und der Türkei. Ihr könnt hier auch sehen, was konkret passiert ist, was umgesetzt wird. Das Ganze auch vertrauenswürdig. Ich kenne die Gründer dieses Projekts, habe mit denen viel intensiv gesprochen. Hätte auch die Möglichkeit, mal die Personen vor Ort, die das dann auch organisieren, zu interviewen. Sprechen auch Deutsch. Also sehr, sehr großes Dankeschön mal an der Stelle. Und ihr könnt über den Link in der Beschreibung einfach mal auf Donation klicken. Wichtig hier, euch die Steps durchzulesen. Dann proceed to donate und dann könnt ihr sehen, wie ihr spenden könnt. An alle Bitcoin-Liebhaber, die mal Lightning ausprobieren wollen. Lightning-Spenden sind auch möglich. Natürlich, dann würde ich sagen, probiert es einfach mal aus. Ich glaube, die Hilfe ist sehr notwendig und ein sehr ernstes Thema, was man bei all der Wirtschaftslage nicht vergessen sollte. Wir mischen uns jetzt mal ein, aber in die Woche. Und mischen wir eigentlich gar nicht das richtige Wort, sondern wir sehen es ja gerade hier direkt vor mir. Die 20 wichtigsten Kryptowährungen, die ein negatives Vorzeichen in die Woche setzen. Und vor allem eben auch Gewinner der letzten Wochen, wie Matic, Uniswap jetzt vielleicht nicht besonders, aber eben viele Gewinner, die jetzt hier ein bisschen federn lassen, vor allem im Altcoin-Bereich, zeigen, dass das Risiko den Markt so langsam wieder ein wenig verlässt. Und das liegt nicht nur am Finanzmarkt, den wir uns gleich anschauen, sondern eben an innerkryptischen Problemen. Und dafür habe ich immer gewarnt, dass wenn diese Probleme zurückkommen, dass es auch ganz schnell mal wieder ein bisschen südwärts laufen könnte. Und gucken wir uns mal den Bitcoin-Kurs in den Stundencandles an, dann sehen wir eigentlich sehr deutlich, dass wir ja nach diesem Versuch, noch Anfang Februar auf 24.200 auszubrechen, eigentlich nur noch sukzessive bergab laufen und tatsächlich jetzt auch aus meinem berühmten Fenster mal wieder ein bisschen rausgekommen sind, nämlich rund um die 22.300 oder sagen wir mal zwischen 22.000 und 23.000er Marke. Da haben wir uns jetzt eine ganze Zeit lang bewegt, deswegen ist dieses Fenster auch wieder wichtig, gerade die 22.300er Marke nach oben hin entscheidend. Aber ihr seht die Bewegung, und da summe ich jetzt nochmal ein bisschen stärker ran, in den letzten Stunden, da seht ihr, dass es niederprasselt, einschlägt auf den Kryptosektor und das in Form der SEC, die wir uns gleich genauer anschauen werden. Und dann eben auch die Meldung gerade frisch reingekommen von heute Morgen mit dem Stablecoin BUSD von Binance, der womöglich vor dem Aus steht, zumindest für den Service Paxos. Ich komme gleich dazu, wir bleiben erstmal bei den Charts und gucken uns an, was Caleb Franzen denn so sieht. Er sagt auch, beziehungsweise wenn man sich das Chart-Pattern mal anschaut, dass wir hier einen Fake-Breakout erlebt haben, jetzt nach unten durchgebrochen sind. Das ist natürlich nicht so ein positives Zeichen, da brauchen wir uns natürlich auch nicht schönreden. Matthew Hyland sieht allerdings noch Hoffnung, gerade bei der 21.500er Marke haben wir eben einen starken Support, der mit Blick auf die Live-Charts jetzt auch auf jeden Fall mal kurzfristig oder jetzt gerade in dem Moment gehalten hat. Nach oben hin dann eben die 22.300er Marke als wichtige Hürde, die es zu durchbrechen gilt. Ich muss aber sagen, jetzt mit Blick auf das aktuelle Umfeld eher angespannt. Grund ist auch der Finanzmarkt, den wir uns gleich genauer anschauen und die Inflationsdaten, die kommen. Benjamin Cohen hat ein anderes Szenario noch mit aufgemalt und das hatte ich letzte Woche auch im Video mit erwähnt. Und das Weekly Death Cross, willkommen in der Todeszone, so muss man es jetzt mal dramatisch fast sagen, vielleicht auch was für den Titel, muss ich mal gucken, was ich mir da aus den Fingern sauge. Aber tatsächlich sind wir auf Wochenchart-Basis jetzt im Death Cross angekommen. Das ist natürlich mittelfristig bis langfristig ein ganz normaler Mechanismus, der passiert. Aber dadurch, dass es noch nie passiert ist, wirft es Fragezeichen auf. Vor allem eben auch die Frage danach, ich habe das gar nicht noch im Ausblick, aber ich gebe jetzt schon mal einen kleinen Sneak-Peak, wie sich das Ganze dann eben jetzt auch weiterentwickelt, beziehungsweise was das bedeutet für den mittelfristigen Trend von Bitcoin. Und es könnte eben auch bedeuten, dass wir diesen Zyklus, in dem wir gerade sind, den Bärenzyklus, der normalerweise so nach 350 bis 400 Tagen endet, dass wir den einfach noch länger ziehen und damit diese ganzen Vier-Jahres-Zyklus-Theorien spätestens jetzt ad acta gelegt werden. Und ihr wisst, ich bin eh kein Fan vom Vier-Jahres-Zyklus, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt mehr von Bitcoin nicht, denn es ist einfach nicht mehr so relevant wie in der Vergangenheit. Anderes Thema, werde ich gleich im Ausblick nochmal darauf eingehen. Wir gucken jetzt erstmal auf den Finanzmarkt, der ja maßgeblich auch Einfluss darauf hat, was bei Bitcoin und den Crypto-Assets so passiert. Und da haben wir zuletzt ja gutes, positives Momentum erlebt mit dem Ausbruch über die Trendlinie, die herabgehende Trendlinie im Bärenmarkt insgesamt. Und auch hier natürlich positive Chart-Signale mit dem Golden Cross. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Nase, die zeigt eben nach unten. Und das wird sehr, sehr wichtig zu sehen sein, ob die Trendlinie nach unten wieder direkt bricht oder eben nicht. Und dafür werden vor allem auch die Inflationsdaten maßgeblich sein. Wir gehen mal kurz, mit einem kurzen Blick auf den Gesamtmarkt drauf und sehen Unentschlossenheit zur Handelseröffnung in Europa, aber auch in Asien, kann man jetzt nicht irgendwie sagen, das geht in eine ganz klare Richtung. Alle warten eigentlich darauf, was jetzt an Daten diese Woche geliefert wird. Der US-Dollar zeigt sich auf jeden Fall erstmal wieder erstarkt, drückt den Euro ein bisschen unter die 1,07er-Marke. Und in den Anleihenpreisen sehen wir eben auch Folgendes, dass wir vor allem, wenn wir uns mal die zweijährigen Staatsanleihen oder auch dann die 3-Monats-Staatsanleihen mal anschauen, dass hier nach und nach wieder eher ein stärkeres Zinssentiment eingepreist wird. Also nicht die Hoffnung darauf, dass wir doch vielleicht sogar schon Zinssenkungen in diesem Jahr erleben, sondern dass wir vielleicht höher bleiben bei den 5% oder vielleicht doch sogar höher laufen. Die Inflationsdaten werden da ein wichtiger Indikator, die Arbeitsmarktdaten waren ja schon überraschend positiv, was die Alarmglocken klingeln lässt, dass die Zinskurve weiter hoch bleibt. Andere Alarmglocken und ist für mich ein bisschen was zum Schmunzeln tatsächlich, sind die ganzen Objekte, die gerade gesichtet werden. Also großes Thema in den Medien aktuell, Flugobjekte, die abgeschossen werden. Was so witzig klingt, will ich jetzt auch gar nicht näher darauf eingehen. Es gibt dann eben natürlich die Sorge, sind das jetzt die UFOs, kommen jetzt die Aliens? Und da sage ich euch, nach den Krisen der Krisen kommt jetzt die nächste Krise, die Krise außerhalb der Erde, nämlich in Form von Aliens. Nein, das würde ich nicht glauben. Auch wenn ein US-General das nicht kategorisch ausschließt, so handelt es sich ziemlich sicher um Spionage, Satellitendach, beziehungsweise Ballons, was auch immer für Objekte. Und das Problem daran ist tatsächlich, dass sich gerade gegenseitig die Leute mit dem Finger aufeinander zeigen und hier habt ihr Ballons, ihr habt hier irgendwas, Spionageobjekte und hast sie nicht gesehen. Ist geopolitisch tatsächlich deswegen ein bisschen ernster zu nehmen. Und Geopolitik, wisst ihr, drückt sich auch auf die Kurse aus. Und deswegen ist so eine Meldung zwar erstmal ein bisschen lustig auch zu betrachten oder amüsant, aber tatsächlich auch mit ernstem Hintergrund, denn das sorgt wieder für geopolitische Unruhen und das ist nicht so gut. Ansonsten haben wir in dieser Woche vor allem aber neben den UFO-Sichtungen die Core-CPI-Daten, die morgen um 14.30 Uhr unserer Zeit rauskommen werden. Das wird sehr wichtig. Der Forecast auf Monatsbasis gerade bei 0,4, was auch relativ hoch ist, um ehrlich zu sein. Auf Jahresbasis dann bei 6,2 mit weiter absteigendem Trend. Aber, und jetzt kommt das große Aber, mit diesem Forecast eben auch mit der Sorge, dass diese ganze Inflationssenkung jetzt nach und nach abflacht. Das wäre nicht so positiv und das wäre wiederum ein Zeichen, dass die Inflation sich vielleicht festsetzt. Ich komme da gleich nochmal drauf zu. Wir haben ansonsten die Retail-Sales-Daten vielleicht als Konsumentenindikator, der nochmal wichtig sein wird, und die Retail-Sales und ansonsten Initial Jobless Claims, Arbeitsmarktdaten und vor allem auch die PPI, also die Produzenten-Inflation am Donnerstag. Ich sage euch, Fokus auf Inflation und das wird auch maßgeblich sein. Sollte die Kurve doch hier bei 6,5% zum Beispiel liegen, dann mache ich mir doch ernsthaft Sorgen, dass wenn der Markt eben sieht, dass die Inflation vielleicht doch wieder stagniert, dass man Angst hat, dass sie sich festbeißt und dass sie darum die Zinsen hochlässt, gibt wieder dann für die Risiko-Assets erstmal einen aufs Maul, gibt eine Links-Rechts-Kombination und dann gehen wir erstmal wahrscheinlich noch weiter runter. Also zusammengefasst, hohe Inflationsdaten oder Gleichbleibende würden eher negativ aufgenommen. Alles unter 6,2% wäre wohl wieder sehr positiv. Bleibt es bei 6,2%, gehen wir in dieser taumelnden Seitwärtsbewegung vielleicht Richtung Süden. Wir haben noch andere Marktimpulse. Jesse Cohn teilt es hier in Form von Unternehmensdaten. Zugegebenermaßen aber jetzt nicht mehr die Highflyer. Wir haben den Peak der Saison hinter uns und insgesamt fallen die Daten doch durchaus auch durchwachsen auf. Also jetzt nicht, dass man sagen kann, wir feiern jetzt hier die Party und alles ist gut, Rezession, tschüss. Sondern es bleiben Sorgenfalten tatsächlich, wenn man sich den S&P anschaut. 69%, 70% haben geliefert und es war nicht nur alles Gold, was glänzt. Wir gucken jetzt nochmal kurz auf diesen wichtigen Indikator, nämlich die Inflationsdaten, damit ihr das auch nochmal als Chat oder beziehungsweise als Bild habt. Ihr seht, wie deutlich hier dieser Abstieg gegangen ist Richtung 6,5%. Sollte sich das jetzt eben abflachen, diese Kurve, hat man eben die Sorge, dass sich das Ganze festbeißt. Auf Monatsbasis ist vor allem auch entscheidend zu sehen, dass wenn wir wieder bei 0,4 landen, wir eigentlich wieder langsam auch in diese hohen Niveaus zurückkehren. Das ist definitiv auch nicht positiv. Hier bleibe ich auch dabei, alles unter 0,4 unter den Erwartungen wird positiv sein. Alles, was deutlich darunter ist, sehr bullish vielleicht sogar. Alles, was da drüber ist, würde den Markt wahrscheinlich ins Taumeln bringen. Erinnert euch an diesen Chart und ich werde es immer wieder zeigen. Das Rote ist die Inflation der 70er, 80er Jahre, die sehr, sehr lang gedauert hat, um diese Kurve der Inflation wieder auf ein Niveau Richtung 2% runterzukriegen. Und genau diese Sorge haben wir eben aktuell, dass das nicht gelingt und dass wir einen sogenannten Big Flip erleben. Und da empfehle ich definitiv, auf meinem Finanzkanal vorbeizuschauen. Ein Fehler mit Folgen. Hashtag Big Flip ist das große Stichwort Finanzmarkt in der Inflationsfalle. Guckt es euch unbedingt an, wenn ihr verstehen wollt, wie dieser Markt tickt und warum genau das, was gerade passiert, so wichtig ist und vielleicht eben auch das Schlechte, was vielleicht der eine oder andere gerade nicht sieht, nur aufgeschoben wird. Ich freue mich auch über bullisches Sentiment, aber wir bleiben eben einfach vorsichtig. Defensiv gilt aber auch dann nur für diejenigen, die sowieso kurzfristig spekulieren, für diejenigen, die langfristig Vermögen aufbauen wollen, bietet der Bärenmarkt, selbst wenn wir jetzt noch kein Tief gesehen haben, vielleicht doch noch ein tieferes Tief sehen, durchaus Chancen, gerade dann mit den Dips nach unten weiter aufzubauen und langfristig Vermögen aufzubauen. Macht das aber mit Köpfchen, das heißt wirklich mit Assets, deren Zukunftswahrscheinlichkeit höher ist. Da sage ich jetzt mal, Bitcoin und Ethereum decken eh jeden Use Case ab. Wenn ihr die beide langfristig aufbaut, spielt ihr auf jeden Fall im Krypto-Game schon mal mit, als Bestandteil in einem gut diversifizierten Portfolio. So, nach dem Wort zum Montag kommen wir jetzt zum großen Thema Nummer 1, Staking-Verbot in den USA. Das ist jetzt erstmal das, was auch in den Medien gesagt wurde. Ich nehme das jetzt auch mit auf, um das für euch mal ein bisschen einzuordnen. Was bedeutet eigentlich das, was letzte Woche gesagt wurde? Die SEC hat mit Kraken eine Einigung gefunden, dass nachdem Coinbase, der Coinbase-CEO, schon gewarnt hatte, Staking-Services könnten in das Visier der SEC geraten, kam am gleichen Tag oder am Tag danach direkt die News raus, Kraken wird seinen Service Staking-as-a-Service in den USA einstellen und hat mit der SEC eine Einigung gefunden, dass man hier sich gütlich einigt mit 30 Millionen Strafe, die man zahlt. Und worum geht es hier eigentlich? Die SEC möchte etwas verhindern, nämlich genau das, was bei Gemini Earn passiert ist, was bei vielen Earning- und Zinsprogrammen gerade aktuell passiert, nämlich die Frage, was ist das eigentlich? Sind die Services, die hier angeboten werden, eigentlich unter Wertpapierhandelsgesetz? Fallen die darunter? Dann fallen die auch unter die SEC in den USA und unter die Aufsichtsbehörden eben in anderen Ländern. Und hier wird jetzt ein Exempel nach dem anderen statuiert, um letztendlich auch irgendwo doch auch die Anleger zu schützen. Also das ist ja das, was wir hier als Frage gestellt haben. Und Aussagen von Gary Gensler, die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die sind nämlich hier in unserem Artikel bei bitcoin-2go.de zu finden. Erstmal witzig, interessantes Video wirklich, wie es aufgemacht ist. Sehr, sehr modern, modernes YouTube-Video. Aber hier ist der Haken. Wenn ein Unternehmen, das ist das, was Herr Gensler gesagt hat, wenn ein Unternehmen Profite durch das Staking verspricht, sollte diese Beziehung durch das Wertpapiergesetz geschützt sein. Egal, ob das Angebot APY, Earn, Landing, Rewards und Staking genannt wird. Und da muss ich sagen, gebe ich Gary Gensler auf jeden Fall mal recht, denn das ist ein großes Problem. Mittlerweile weiß man gar nicht mehr, was sind das jetzt eigentlich für Services. Ich bekomme hier irgendeine Art von Zinsen, für was genau? Staking ist das Überwort dafür, aber oft passiert im Hintergrund was ganz anderes. Und genau das will man verhindern, dass die Unternehmen Zinsen versprechen, aber eigentlich mit den Coins, die man dann abgibt und auch vor allem deren Eigentum abgibt. Not your keys, not your coins, vergesst das nicht. Own your keys, own your coins oder wie ihr es auch nennen wollt. Ich weiß, ich drehe den Spruch manchmal um. Das will die SEC verhindern. Sie wollen verhindern, dass das Geld genommen wird und woanders eingesetzt wird und sich Geschichten wiederholen wie von Celsius oder eben anderen Anbietern. Also das ist auf jeden Fall mal die Warnung, die Gary Gensler hier sieht. Und interessant dann auch noch diese Aussage. Im Grunde genommen, wirst du durch Staking as a Service zum Investor eines Unternehmens. Geht dieses kaputt? Und davon haben wir kürzlich eine Menge gesehen. Wartest du im Insolvenzgericht auf dein Geld? Auch hier völlig okay, völlig d'accord. Und ja, die SEC versucht Anleger zu schützen, aber die Reaktionen von Krypto, Twitter waren auch entsprechend amüsant. Denn bei aller Liebe, ich muss wirklich sagen, Kraken ist sogar einer der seriösesten Services. Es ist auch zu spät. FTX war reguliert. Dann haben wir Luna natürlich und Theory Capital und andere Sachen als Überraschungen. Es geht in die richtige Richtung, aber wird jetzt erstmal hier vielleicht auch falsch gelebt. Denn, und das muss man auch sagen, Kraken, der Service, Staking as a Service, geht in Europa und im Rest der Welt weiter. Nachteil also hier nur eigentlich gerade für die Amerikaner, aber mal ein erster Finger zeigt, dass man hier etwas machen will. Und jetzt wird es richtig wild. Das hat den Markt letzte Woche schon so ein bisschen ins Wanken gebracht. Und auch wenn Coinbase-CEO sagt, ich werde hier kämpfen für die Staking-Services, dass das alles vernünftig läuft, sie werden reguliert, da bin ich mir sicher. Denn was die SEC gerade fordert, ist etwas, was wir in der Vergangenheit schon mal erlebt haben. Und der nächste Paukenschlag kam jetzt heute, beziehungsweise kam am Freitag und am Wochenende schon mal etwas lauter. Und es geht um den Binance Stablecoin. Der wird ja von Paxos rausgegeben und auch komplett die Kasse, die alles liegt bei Paxos. Und das Unternehmen lässt sich natürlich regulieren. Ist für Binance erstmal gut. Die machen das ja mit unserem Stablecoin. Wir haben gar nichts damit zu tun. Aber wenn jemand den an den Karren pisst, um es so mal deutlich zu sagen, dann gibt es für Binance auch ein Problem. Und genau das ist jetzt passiert. Oder das US-Gericht, beziehungsweise in New York, die haben gesagt, Leute, ihr hört jetzt auf. Es wird keine weiteren Binance-USD-Stablecoins mehr geben. Denn es verstößt gegen verschiedene Richtlinien, die ich jetzt hier an der Stelle nicht aufstellen will. Aber wir sehen, dass die SEC in Form oder auch in Kooperation mit anderen US-Aufsichtsbehörden jetzt gerade massiv gegen die Kryptoszene vorgeht. Und Binance scheint das nächste Opfer, weil eben die Schwachstelle mit Paxos, einem Firmensitz, da gegeben ist. Das ist die aktuelle News. CC hat sich dazu auch geäußert. Wir gucken uns aber erstmal an, wie wichtig der Binance-US-Dollar-Stablecoin ist. 35% des Market Caps macht er aus. Es sind 16 Milliarden Dollar. Wenn der von heute auf morgen wegfallen würde, und das passiert jetzt gerade erstmal nicht. Es wird erstmal verhindert, dass neue gedruckt werden. Dann wird die Situation sondiert. Aber das ist schon kritisch, denn das ist ein fließendes Objekt. Es ist wichtig, dass da was sich bewegt, dass da was passiert. Stillstand ist hier schlecht und sorgt natürlich für Angst gerade im Markt. Und die kann ich euch auch nicht nehmen, denn die klaren Konsequenzen wissen wir noch nicht. Was wir wissen, und das ist gerade auch rausgekommen noch heute Nacht, die SEC klagt jetzt auch noch das Ganze an. Die SEC sagt nämlich, der Stablecoin, der BUSD, könnte ein Unregistered Security sein, also ein unregistriertes Wertpapier. Ich muss sagen, guckt euch den Howie-Test an und Ted Talks Makro hat es hier schön zusammengefasst. Es gibt vier Kriterien für diesen sogenannten Howie-Test, ob etwas ein Wertpapier ist. Und ein Stablecoin hat nichts mit Investment oder sonst irgendwas zu tun. Ja, es liegt ein Unternehmen dahinter, was den Stablecoin herausgibt. Aber es ist sehr schwierig, meiner Meinung nach, das hier als Wertpapier einzuordnen. Deswegen vielleicht erstmal Platzpatronen, die hier geschossen werden. Aber ihr seht, die SEC gibt jetzt richtig Gas. Man will jetzt hier den Kryptosektor ein bisschen in die Mangel nehmen, um auch zu zeigen, hey, wir sind nicht so Schlaftabletten, wir machen auch was. Und was sie machen, ist einfach wieder ein Fehler, denn hier wird in alle Richtungen geschossen, nur nicht wirklich sinnvoll, meiner Meinung nach. CC sagt gar nichts, der sagt einfach nur vier, bezieht sich hier vor allem auf einen Post, nämlich Punkt Nummer vier, IgnorFAT, Fake News and Attacks, auf einen Post, der er mal am 2. Januar gegeben hat, dass es hier sich womöglich einfach erstmal um Unsicherheit, FAT, also Angst, Unsicherheit handelt. Ich sage euch ganz ehrlich, genießt das mit Vorsicht, was jetzt gerade passiert. Ich habe keine weiteren News, außer dass Paxos die Services einstellen sollen. Es gibt keinen Kommentar gerade aktuell von Paxos oder von Binance selbst. Das kann sich in den nächsten Stunden oder auch morgen ändern. Fakt ist aber auf jeden Fall, die SEC und die regulatorischen Behörden in den USA wollen Krypto jetzt an den Kragen und das in einem richtigen kleinen Blitzklick, wie es scheint, hier geht es richtig zur Sache. Und das, ja, werden wir mal gucken, wie sich das Ganze weiter ausbildet. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Mittwoch gibt es sowieso ein Update wegen der Inflationsdaten und hier ein witziger Tweet von AlphaTrees. Ja, so könnte vielleicht dann die Zukunft aussehen, wenn die SEC weiter reguliert. Das sind die Coins, die wir noch haben. Alles andere ist ja sowieso nicht richtig oder okay. Und dann bleibt Tether noch übrig. Ist natürlich nur ein Witz, denn auch Tether ist wieder in den Schlagzeilen. Jetzt wurde hier 40 Milliarden nach Oversea, also aus den USA verschifft oder was weiß ich, wo es hergeschifft wurde. Auf jeden Fall wurde ordentlich Geld verschoben. Ein Großteil des Tether-Funds sozusagen. Mehr Informationen will ich dazu nicht teilen, weil auch hier viel Unsicherheit, Unklarheit ist. Ich will hier nicht Öl ins Feuer gießen, aber ihr merkt, nichts ist sicher. Und das ist genau das, was ich gerade gewarnt habe. Neben dem makroökonomischen schwierigen Umfeld, was wir einfach gerade faktisch haben, bleiben innerkryptische Probleme, die jetzt zumindest mal nicht mehr aus den FTX-Folgen direkt kommen, in Form einer DCG oder Genesis, aber vielmehr eben aus regulatorischer Sicht. Und das war auch klar, dass hier eine Antwort zu erwarten ist. Dass sie jetzt so schnell kommt, dass so viel gerade passiert, das ist doch überraschend. Und das mitten in ein Marktumfeld. Und da tauchen wir jetzt ein ins Marktupdate, was schon einfach ruhig ist. Es ist nichts los. Und wie ich es euch sage, es geht auch die Suchanfragen weiter runter. Ich stelle mich auf das nächste tief ein. Ein tieferes Tief, Tief, Tief. Da fühle ich mich ein bisschen wie bei Rudi Völler-Interview. Kann ich euch gar nichts mehr weiter zu sagen. Der 4. Greed-Index ansonsten im neutralen Bereich. Die Gier geht zurück. Wenig verwunderlich, wenn wir uns den Bitcoin-Kurs aktuell anschauen. Die 21.500er Marke zum Zeitpunkt des Videos hält, aber ist unter Feuer. Wir haben ansonsten die Bitcoin-Dominanz weiter Richtung 44. Hier shiftet sich das Risiko also gerade wieder Richtung des weniger risikoreichsten Assets in Form von Bitcoin. Aber schützt auch nicht davor, dass der Kurs unter Druck gerät. Der Altcoin-Season-Index zeigt 47 auf Monatsbasis, 50-50. Es gibt Gems, ihr wisst das. Trading-Coins gibt es on-hauf. Und jetzt gibt es eine Warnung für mich oder für euch. Denn, ihr wisst, ich teile das ja auch immer und habe letztes Jahr schon, äh, letztes, ja, letzte Woche die AI-Coins angezählt. Danach kam dann auch die Korrektur. Klar, irgendwann findet ein blindes Huhn auch mal ein Korn. Jeder kann in diesem Markt zocken, wenn er will. Man muss sich nur klar sein, es ist sehr, sehr riskant. Risiko wird schnell abverkauft und wenn dann Trading-Coins wie Baby-Doge-Coin oder andere Meme-Coins gerade am Start sind, dann ist irgendwie schon gefühlt das Ende der Fahnenstange gereicht. Wir haben Arbitrum, was gerade ein bisschen interessanter ist, aber das war's auch. Gucken wir auf die Gewinner eben, Baby-Doge, dann haben wir noch ein bisschen Silica-Ton-Coin. Das ist nichts Deutliches. Bei den Verlierern haben wir eben Gewinner, die wir zuletzt hatten. Hedera, die direkt abverkaufen. Mina-Protokoll mit CK-Snack-Narrativ. Dann haben wir Optimism, also Second Layer war insgesamt ja auch ein starkes Thema. Immutable X, Singularity-Net. Ihr seht, die Gewinner sind dann natürlich die ersten Verlierer, denn die Gewinne, die hier gemacht wurden, und das waren massive Gewinne die letzten Woche, die werden eingecasht. Altcoins ist nichts für passive Trader. Hier muss man am Ball bleiben, aktiv sein und aktiv handeln. Gut, kommen wir jetzt zu den drei wichtigsten Themen, die hier Caleb Franzen nochmal zusammengefasst hat. Das ist zum einen Thema die Yields, also die Zinskurve. Ich hatte euch ja sowieso gesagt, behaltet die definitiv im Blick. Wir sehen aktuell auf 6-Monats-Basis 4,92 Prozent, also die Markterwartung für quasi die Zukunft. Wir bleiben in einem hohen Zinsumfeld, spricht für weitere Zinsanstiege, die dann auch über das Jahr hinweg bleiben. Das wird uns das ganze Jahr begleiten, wie auch die Inflationsdaten. Dann dazu noch die S&P, also die Earnings, die wir gesehen haben, die eben, wie ich schon gesagt hatte, auch enttäuschend waren. Und der dritte Punkt, der ist auch interessant, neben dem Death Cross, haben wir vor allem auch das erste Mal in der History von Bitcoin den Einjahre-Moving-Average und den Dreijahres-Moving-Average kurz vor einem Crossing oder dem Weg dahin. Und das bedeutet das, was ich eigentlich gerade schon bei dem Weekly gesagt hatte, dass sich hier der langfristige Trend dieser Zyklen von Bitcoin und der Marktbewegung und der Länge eines Bärenmarkts sich verändern könnte. Würde dann dafür sprechen, dass eben auch der nächste Zyklus, auch der Bärenzyklus länger andauert. Was wiederum dafür spricht, ein Markt mit Hochs und Runter, eigentlich aber mit einer Seitwärts-Tendenz und vielleicht leicht Fallen nach unten, gerade so wie es jetzt in diesem Moment ist. Also das sind so die wichtigsten Faktoren, die ich euch noch mitgeben will. Wollte ich eigentlich erst im Ausblick sagen, das habe ich jetzt hier leider falsch verschoben, denn vorher wollte ich das hier noch reinwerfen. GMX ist ja ein Trading-Protokoll für Futures auf Ethereum und das hat zum ersten Mal durch große Bewegungen, muss man sagen, war außerordentlich, es geschafft, die Transaction-Fees von Ethereum sogar zu übersteigen. Also ein Protokoll einer Anwendung auf Ethereum hat größere Transaktionsvolumina ausgelöst bzw. Kosten in Form von Gebühren als das Protokoll selbst, das Smart-Contact-Protokoll. Sehr erstaunlich, zeigt, wie relevant das Ganze vielleicht ist, wenn ihr grundsätzlich aktiver handeln wollt. Ich persönlich empfehle da als Plattform BingX, bin selber aber kein aktiver Trader, der jetzt gehebelt wild in die Position reinsteigt. Ihr könnt ja auch Spot-Trading machen. Ich habe dazu einen Erfahrungsbericht, den ich hier unten in der Beschreibung nochmal verlinke. Warum sage ich euch das? Es läuft gerade ein besonderes Einzahlungsevent. Das heißt, wenn ihr gerade Lust habt, das Ganze vielleicht mal zu testen, gibt es dann halt bei kleineren Einzahlungen, ich zeige das jetzt hier mal groß, schon auf jeden Fall direkt mal fette Belohnungen. 150 US-Dollar bis zu 2000 US-Dollar. Könnt ihr euch mal ausprobieren. Ihr könnt es auch einfach so ausprobieren, dann gibt es 50 Dollar. Alles auf eigene Gefahren und das Allerwichtigste, wenn ihr aktiv seid, seid es nur mit einem gewissen Betrag und seid immer auch in der Lage, eure Coins von den Börsen dann abzuziehen, wenn ihr nicht Futures tradet, denn dann habt ihr sie in eurer Wallet und da gehören sie auch hin zum Thema, wie schützt man sich eigentlich am besten vor solchen Services, indem man sie selbst oder indem man in die Selbstverwahrung geht. Kommen wir zum Ausblick abschließend und ja, etwas nüchteren Ausblick. Ihr habt ja gesagt oder einige im Chat hatten gesagt in den Kommentaren, wir sind so ein bisschen im Wutbereich, würde dafür sprechen, dass wir jetzt vielleicht doch nochmal runterwandern nach dem Anstieg zuletzt und dann erst in den Disbelief reingehen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich schwanke ja immer zwischen diesen beiden Darstellungen, einfach nur, weil es charttechnisch dann vielleicht einfach ein bisschen besser passt, aber wir sind immer noch Leute in diesem Depressionszyklus der Depressionen. Wir sind nicht in der Buy-Zone, die unter 17.000 war, meiner Meinung nach. Wir sind genau darüber und warten eigentlich, was passiert denn jetzt. Wir waren jetzt auf dem Weg nach oben, jetzt geht es vielleicht gerade wieder ein bisschen nach unten und dann wieder Depressionen, denn jetzt fragt euch mal wirklich selbst, es ist doch hier, war der wütend? Also gab es wirklich Wut darüber, wie der Bitcoin-Kurs verlaufen ist? Die emotionale Lage war nicht wütend, denn es war einfach nur Desinteresse, Lethargie und jetzt nach der Mini-Party ist schon wieder Ernüchterung da, wie das eben so ist und das nenne ich eher so ein bisschen depressiv, denn wirklich große emotionale Zuckungen sind da nicht zu spüren. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat und ich euch einen Mehrwert liefern konnte, dann lasst sehr gerne ein Like auf dem Video da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ihr kriegt Mittwoch nochmal ein frisches Update, das wird es dann auch schon für die Woche gewesen sein, weil die wichtigsten Daten gesprochen wurden, ich auch nochmal sowieso unterwegs bin und dann ab nächster Woche wieder nochmal mit ein bisschen mehr Inhalt und hoffentlich auch spannenderen Phasen. Man muss schon sagen, mit Blick auf die SEC und auch auf die Makrodaten wird es diese Woche, denke ich, wilder als in der letzten. In diesem Sinne, anschnallen und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.